Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der gesetzlosen und Revolver-Elten seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert Rhett, Death, Redemption, Spy Abigil sagt er, dass er nicht mehr ist. Wir werden sterben, Dutch. Wir müssen uns auf einen Ort aufhören. Okay, Arthur ist aufhören. Ich habe ihn nach vorne. Wenn wir nicht aufhören, dann werden wir alle sterben. Das Wetter ist in May. Ich hoffe, dass die Verordnung so verletzt wird, wie wir das gemacht haben. Da! Arthur! Ein Glück? Ich habe einen Ort, wo wir einen Weg finden können. Ich werde Davy resten, wenn er... Du kennst. Ein altes Mann in der Stadt. Abandant. Es ist nicht weit. Komm schon! Komm schon! Kapitel 1 Coulter Komm schon! Ne Lebens Alwaysgood! Komm schon! Sie sind hier! Frau Gaskell, holen Sie das Feuer, schnell! Frau Jones, bringe in welche Blankets wir haben. Herr Pearson, wir sehen, was wir haben, in Bezug auf das Essen. Davy ist tot. Da gab es nichts mehr, was man tun hat. Was werden wir tun? Wir brauchen Diensten. Erstens, du wirst hier bleiben und du wirst dich selbst verabschiedet. Jetzt habe ich John und Mike vorbeige. Arthur und ich, wir fahren. Wir sehen, ob wir einen von ihnen finden können. Und das? Nur für einen kurzen Moment. Ich weiß nicht, was andere Wahl wir haben. Wir sehen uns. Wir sehen uns alle, für einen Moment. Wir haben... ... ein schlechtes paar Tage. Ich liebte Davy, Jenny. Sean, Mac, sie sind okay. Wir wissen nicht. Ich weiß nicht. Aber wir haben ein paar Leute verloren. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns an, mehr gerne. Wir sehen uns an. Wir sehen uns, nicht, wie diese Menschen folgt. Und wie sie hierher kommen, wird immer noch lange, wird... ... es geht uns nicht nach gut. als das vorhin. Herr Pearson, Frau Grimshaw, ich brauche Sie, um dieses Haus zu einem Camp. Sie können hier ein paar Tage sein. Jetzt alle von Ihnen, alle von Ihnen, seien Sie sich warm. Bleiben Sie stark. Bleiben Sie mit mir. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht. Komm schon, Arthur. Alles klar. Wir haben ein paar Arbeit zu tun. Wir haben noch nicht weitergegangen. Also, sie müssen beide über die Straße gehen. Natürlich. Hey, ich habe keine Zeit zu fragen. Was wirklich nach hinten auf dem Boot ging? Wir haben Sie. Das ist was passiert. Komm schon. Komm schon. Hey. You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. We need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. All right. We need you strong. Okay. 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 Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. In two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Oh, das war ein kleiner Fail. Ähm. Ja. Aber damit herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2 hier auf dem Channel. Das dachte ich mir, machen wir mal als nächstes. Nicht direkt zum Release. Aber ich dachte mir, vom Wetter her, zu Anfang zumindest, passt es gerade zur Jahreszeit. Wir können es natürlich auch von anders anschauen. Mal schauen. Wir machen jetzt erstmal... Rechter Bumper. Okay. Alles klar. Ja, der klassische deutsche Winter. Wer kennt die nicht, ne? Und links auch ein schöner Kompass. Wir haben nicht zu viel Einblendung erstmal. Das ist erstmal schön. Wir müssen diese Leute warm und fett werden. Wir müssen uns nicht über die Pinkertons beschäftigen. Ein paar Tage mehr, dann werden wir auf der anderen Seite. Du musst mir helfen, die anderen zu holen. Du bist der einzige, den ich aufzunehmen, um jetzt zu bleiben. Wir haben Feuer und Schutz. Das ist der Start. Linker Trigger Dutch. Was ist mit dem Geld? Okay, der Nebel, äh, der Nebel, genau. Der Schnee wird schon dichter im Sturm hier. Bin gespannt, was passiert. Keine Ahnung, wer das da vorne ist. Mal schauen, wer das ist. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that away. Okay. Anyone home? Sure. The place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? You didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is, er, was. Yeah. And Mac, Sean, we don't know. Quite a business. Okay, wir gucken, oh, ich kann leider nicht so oft reden jetzt zu Anfang hier. Tippe zweimal. Tippe zweimal. Tippe zweimal. Auf und Halte. A gedrückt, während du den linken Stinger vorne benutzt, um dich in der Formation zu halten. Aha. Tippe zweimal Auf und Halte. Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Oh. Eh, tut mir leid. So, linker Trigger. Eh, bist du sicher? Bist du noch jemandem begegnet? Bist du noch jemandem begegnet? Ich denke, wir sind die einzige, die verrückt genug zu sein, Morgan. Ja, naja, nicht mit mir über verrückt. Oh, so, nein, glücklich bist du okay? Ich habe Angst, Micah. Schau, es wird alles funktionieren, Morgan. Wir verloren ein paar Leute, aber das ist nur so, wie es geht manchmal. Ich bin glücklich, dass du so gut fühlst. Wo sind alle anderen? O-9 in Camp. Back up the hill. There isn't much. Shelter. So, this house. Willst du mit den Leuten da schon? Nein. Wie der Dutch uns gesagt hat, schau, aber nicht zu keiner. Nur folgst und ordentlich. Du weißt mich. Right. Und nochmal. Weiter. Wie viel weiter? Nicht weit. Was bedeutet das? Das ist ja eine ganz tolle Angabe. Ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen mehr reden, aber ich weiß... mehr. Das ist ein bisschen blöd bei solchen Spielen immer. Da weiß man nicht immer, wann man reden soll zu Anfang. Bei den meisten Spielen ist das zu Anfang ja so, dass da ein bisschen mehr geredet wird. Und dann nach dem Anfang sozusagen man wieder mehr reden kann. Naja, wir schauen mal. Wieso? Kann ich nicht? Ah, jetzt. Okay, wo lang? Hier anscheinend. Und... Äh, ja. Ich glaube, wenn wir geradeaus runtergegangen wären, wäre es ein bisschen zu auffällig. Oder wenn... Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Das ist schön. Die äußere Anzeige zeigt deine verbleibende Gesundheit. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Alles klar. Hier. Nähere dich dem Anbindepfosten. Okay. Y gedrückt halten um das Pferd zu. Genau. Und alter die Grafik. Folge Dutch. Ich folge mal. Alter, die Grafik. Ich muss es echt mal sagen. Ich muss es echt mal sagen. Ein solcher Mann ist viel weniger intimidierend als... ...drei nasty looking Degenerates. Micah. High behind that wagon. Arthur. You take that old shed on the left. And stay low. Both of you. What are you doing? Get inside the shed. Arthur. Get in position. Come on. Oh, hier vorne oder wat? Zum Schuppen. Ach, der hier ist es mit Sicherheit, ne? Hallo, ich will... Der weiß schon, dass ich da nicht hin will, ne? Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Komm schon. Schneller. Ah. So. Jetzt. Hallo! Ich muss mich von dir zeigen. Wir können nicht helfen, Herr. Ach. Ich habe Leute, die Arthurs. Arthur. Wir haben eine Probleme. Ach. Da ist ein Korsuch. Hier ist ein Korsuch. Ich habe nur ein Hender. Ich habe nur ein Korsuch. Ich habe nur ein Korsuch. Das Körper ist in der Wagen. Oder was etwas... Ich habe dich. Ich habe dich. Linker Bumper. Oh, ja. Den rechten Stick, um eine Waffe auszuwählen und lasse dann los, um sie in die Hand zu nehmen. Ja, gut. Warte. Warte. So, jetzt müssen wir die alle machen hier, oder wat? Das war falsch. Wie, um nachzuladen? Ich mach's einfach mal, ne? So, warte. Äh, was ist... Die Steuerung wird sehr gewöhnungsbedürftig sein, weil ich mit Controller spielen muss, zwangsweise. Weil wir hier auf der Xbox One X unterwegs sind. Hoffentlich mit 60 Frames. So, warte. Ich glaube, wir gehen mal hier weg. Warte. Wie kann man eigentlich sprinten? Warte. Ah, gedrückt halten. Wo muss ich da hin? Achso, hier liegt wer. Folge Dutch. Warte. Ich muss mal kurz hier... So. Okay, wir gucken uns mal die Hütte an. Ich bin gespannt. Okay. Alles klar. Wenn wir X gedrückt halten, können wir Sachen einsammeln. Und ich würde mal ganz ganz gerne hier ins Pausenmenü gehen. Und mal in die Einstellungen gehen mit euch. Ich bin gespannt, was ich da so einstellen kann. Die Steuerung zum Beispiel. Ich glaube, die lassen wir wieder so. Ist besser bei solchen Sachen. Anzeige. Gut. Modus für Farbenblindheit lassen wir mal aus, nicht? Äh, Einstellung Standard. Sprechernamen im Untertitel lassen wir, glaube ich, mal. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Fadenkreuz einfach, Punkt. Machen wir mal so, ne? Äh, Punktgröße, Klein, Standard. Machen wir Standard, ne? So, dann haben wir die Kamera. Was können wir da denn einstellen? Kameraverfolgungslevel hoch. Ähm, Dynamisch Kill, alles klar. So, dann hier Audio. Ganz wichtig. Relative Dialog laut Stärke. Ähm. Können wir ruhig. Wir probieren es mal komplett hoch aus. Wenn der Rest auch schon komplett hochgestellt ist. So allgemein. Gucken wir auch nochmal schnell durch. Automatisches Speichern lassen wir an. Gewicht Kilo, Uhr, 25 Stunden, passt. Kernbonus, bla, passt auch. So, wir gucken mal weiter. Und zurück. So, wir schauen uns nochmal ein bisschen um hier. Ich bin echt gespannt. Oh, hier geht's hoch. Dann probieren wir es doch gleich mal. So, nehmen wir mit. Alles klar. Nehmen wir nochmal mit. Wir nehmen alles mit, was geht. So, um die Tasche zu öffnen, gedrückt halten. Äh, isst etwas, um den Kern deiner Gesundheit ein bisschen aufzufüllen. Essen. So, Gegenstände haben verschiedene Wirkungen. Der Verzehr von Nahrungsmitteln füllt den Kern deiner Gesundheit etwas auf. Essen von besserer Qualität füllt dein Kern mehr auf. So, das ist nichts. Okay, dann gehen wir mal wieder runter hier. So. Oder wir springen runter. Es geht natürlich schneller. Ich wollte eigentlich unten bleiben, Mister. So. Arthur heißt ja im Übrigen. Aus King of Queens mit Sicherheit. So, den Schrank durchsuchen wir mal schnell. Wir schauen mal, was da so drin ist. Äh, ja, wir nehmen es doch einfach mal mit. Warum sollte man das nicht mitnehmen, ist die Frage, ne? So. Und wir haben noch was. So. Das können wir wieder zumachen. Wir können nichts mehr mitnehmen. Oder aus dem Schrank zumindest. Dann gucken wir nochmal weiter. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Hier auf dem Tisch. Da waren wir ja gerade schon. Deswegen müsste da eigentlich alles gemacht sein. Alles klar. Wir gucken aber nochmal weiter. So, hier. Kekse. Dosen. Dosenobst. Die Kekse habe ich gerade übersprungen. Das war nicht gewollt, sondern... Ich bin dran vorbeigelaufen im Übrigen. Aber wir nehmen das Dosenobst natürlich sehr gerne mit. Kekse jetzt hier. Guck. Kekse haben wir auch noch. Viermal. Die guten alten Leibniz mit Sicherheit. Ich habe keine Ahnung. Was? Silberbachen waren die doch auch noch. Wieso können wir die nicht mitnehmen? Ah, doch keine Silberbachen. Okay. Schrank durchsuchen. Ja, sehr gerne. So, was haben wir denn hier? Nehmen. Dosen. Ach, Dosen Gemüse. Ich habe Dosenmüse gelesen. Alles klar. Läuft. So, den machen wir zu. Alles klar. Weiter geht's. Ja. Keine Musik aktuell. Ich habe keine Ahnung warum. Das soll mit Sicherheit so. Haferplätzchen. Klassische. Sehr gut. Okay. In der Weihnachtspäckerei gibt es so viele Schweinerei. Oder wie ging das? Ich habe keine Ahnung mehr. So. So. Ähm. Uben drehen. Lesen. Ähm. 7. September 86. Äh 96. Entschuldigung. Alles klar. Dutch, was ist falsch? Antworten. Das ist richtig. Ich bin ja auch gleich schon fertig. Untersuchen Truhe. Einmal bitte. So. Warte, die Kamera ist doof. Hier, Münzbeutel. Nehmen wir natürlich mit. Ich hoffe mal, da ist was drinne.